Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich habe Epoxidharz vorbereitet und möchte vier Untersetzer machen mit den gleichen Farben, aber die sehen alle so unterschiedlich letztendlich aus. Lasst euch überraschen und ja, diesen Sonntag gibt es wieder ein Video, den letzten Sonntag musste ich ausfallen lassen, weil ich nämlich kein Internet hatte. Ich habe eine neue Internetbox bekommen und die hat leider nicht funktioniert. Und da musste ich dann einfach aussetzen und das ist dann auch okay. Da habe ich mir jetzt keinen Stress gemacht, ich hätte es ja irgendwie mit übers Handy und weiß ich nicht, irgendwie mit meinem Datenvolumen machen können, aber ich dachte mir, eine Woche ist vollkommen in Ordnung und ich war auch noch nicht ganz fit, bin ich auch immer noch nicht, also meine Stimme und mein Husten ist jetzt noch nicht komplett hundertprozentig und aber wie gesagt, vollkommen in Ordnung so und ich kann damit jetzt ganz gut umgehen, sollte ich doch noch husten, tut es mir leid. Ich werde es jetzt aber nicht rausschneiden. Und ja, ansonsten, ich mische jetzt hier gerade, also das Epoxidat selber habe ich schon angemischt, das habe ich jetzt auch rausgeschnitten und das ist einfach, glaube ich, mittlerweile Standard, unbedingt immer daran denken, logischerweise an die Handschuhe, an die Maske, das einfach geschützt ist und ihr dadurch keine gesundheitlichen Schäden bekommt. Und genau, also dementsprechend habe ich hier selbstverständlich alles angemischt und habe die Farben dazu schon reingemischt, habe mich für unterschiedliche Farben aber trotzdem in einer Farbkombination entschieden, die jetzt einfach, glaube ich, ganz gut bepasst hat. Könnt ihr ja mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Ergebnisse dazu dann auch findet. Und ich finde ja eben auch manchmal das Gelb halt unglaublich schön, weil es nochmal einen leichten, sonnigen Touch irgendwie reinbringt. Und oder halt eben auch ein helles Grün macht sich immer sehr, sehr gut. Und also wie gesagt, da gibt es ja so viele schöne Möglichkeiten. Es gibt so viele tolle Farben und lieb es halt sehr. Und genau, aber ansonsten, wer Epoxid-Tarts ausprobieren möchte, sollte sich einfach sehr, sehr gut kundig machen. Das Epoxid-Tarts, was ich nutze, ist Resin-Vordekor. Und ist für mich aktuell das, ich habe bisher mit keinem anderen gearbeitet, weil ich es einfach für mich am besten finde. Es gibt auch unterschiedliche Viskositäten da drinne, nehmen aber normalerweise das Optimum. Aufgrund dessen einfach, weil es wirklich für mich von der Flüssigkeit her am besten ist. Ich hatte auch schon dickflüssiges, wo ich aber echt zu tun hatte, muss ich mal sagen. Alleine schon beim Anmischen. Wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich nicht so viel Kraft in den Händen habe und dementsprechend dann selbstverständlich auch bei dickflüssigem Herz dann einfach zu tun habe, mit den Händen das Ganze richtig durchzurühren. Weil das Durchrühren ist natürlich wichtig, sehr wichtig. Aufgrund dessen, weil einfach, wenn das nicht richtig vermischt ist, kann es sein, dass das nicht hart wird, dass Schlieren drinne sind. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, was dann einfach schiefgehen kann. Und deswegen unbedingt immer darauf achten, den Hertha und das Harz richtig gut miteinander zu vermischen. Bei meinem ist es eine 1 zu 1 Mischung. Es gibt aber auch 3 zu 1 Mischung. Und da eben dann auch schauen, was sagt die Anleitung bei dem Harz. Auf das müsst ihr natürlich dann achten. Ich finde die 1 zu 1 Mischung immer am besten, weil da brauche ich mir keine Gedanken machen. Genau, und auch die Farben. Da gibt es ja Unterschiede. Da gibt es Alkohol-Ingfarben, da gibt es Pasten, da gibt es Mika-Pulver. Und es gibt mittlerweile auch so eine flüssigen Farben. Ich habe auch ein paar zu Hause, die sind aber sehr transparent. Dadurch habe ich sie bisher noch nicht ganz so viel genommen. Aber deswegen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt hier auf die Mika-Farben konzentriert. Da habe ich auch relativ viele von. Nutze die sehr gerne, weil ich bei den Pasten noch nicht ganz so 100%ig den Dreh draus habe. Wie viel muss ich nehmen? Weil die manchmal dann so wuchtig sind. Und ich muss mich einfach noch ein bisschen ausprobieren dran. Ich habe halt auch wirklich sehr wuchtige Farben halt zum Teil. Das Weiß ist sehr wuchtig. Ich habe einen Rostton, der sehr wuchtig ist. Und dadurch ist es halt gar nicht so einfach. Ja, und dann habe ich mir die ganzen Formen dazu hingelegt. Und habe sie auch sehr nah zusammengelegt, weil sie natürlich, wenn Flüssigkeit reinkommt, kann es sein, dass sie einfach so ein bisschen das Ganze ausleiert. Und habe dann eben mit den unterschiedlichen Farben unterschiedliche Konstellationen befüllt. Werdet da auch gleich sehen, also ob es jetzt das Weiß ist, was ich bei dem einen zuerst gemacht habe. Bei dem anderen mache ich es zum Schluss. Oder eben auch der Rotton. Dann wird der zuerst gemacht, aber dafür dann eben nicht gleich das Weiß. Also, weil ich einfach, ich wollte die gleichen Farbkombinationen, aber halt unterschiedliche Ergebnisse haben. Und wie gesagt, das Ziel habe ich 100%ig erreicht. Und da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde die Ergebnisse wirklich schön. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt da mitgehen mit den guten Ergebnissen. Und falls ihr noch Ideen habt, was ich zum Beispiel gerne mal ausprobieren soll. Es gibt ja aktuell wieder diesen Trend, alles ineinander zu kippen. Also jede Farbe einfach in die Mitte immer rein zu kippen. Habe ich lange nicht gemacht. Vielleicht sollte ich auch das nochmal ausprobieren. Und schauen, wie die Effekte dann so würden. Gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Es wird auch oft mit Farben und dann das Weiß oben drüber geschaut. Und es ist so, so unterschiedlich. Also, wie gesagt, Epoxidharz ist das, was ich eigentlich jetzt am längsten und intensivsten gemacht habe, so die letzten Jahre. Ich habe Ende 2020 damit angefangen. Und ich teste mich bis heute aus. Ich glaube, man lernt nie aus, was man so für Möglichkeiten hat. Die ganze Bastelwelt, die verändert sich ja auch immer. Und ja, dementsprechend glaube ich, kann man da nie genug ausprobieren. Und Harz ist einfach, Epoxidharz ist einfach auch so unberechenbar teilweise. Es gibt bestimmt welche, die haben da ihre Effekte und die kommen damit gut über die Runden. Und ich probiere halt vieles immer noch aus. Kann jetzt also nicht sagen, das und das passiert jetzt. Sondern ich probiere es einfach aus. Und gucke dann zum Schluss, wenn ich es aus der Form hole. Übrigens, falls ihr immer Ideen habt, was ich gerne mal ausprobieren soll. Also nicht nur Epoxidharz, sondern generell. Ich probiere auch gerne DIY-Sets aus, falls ihr da irgendwie welche seht. Und ihr wollt gerne wissen, funktionieren die wirklich. Dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann probiere ich das sehr, sehr gerne aus. Ich habe noch ein Set, was ich jetzt hier ausprobieren möchte. Und habe aber auch noch andere Techniken, was ich gerne probieren will. Also dementsprechend glaube ich, kommen da ganz viel. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ganz viel jetzt schon gesagt. Dementsprechend andere sagen gerne so. Ich sage anscheinend dementsprechend. Ich bemühe mich um Besserung. Und ja. Also je mehr ich jetzt gerade mal gesprochen habe, umso mehr habe ich eben auch mal gehustet. Also aber ja. Das soll dann so sein. Ich gehe davon aus, dass einfach ganz viele, die jetzt die Videos schauen, wahrscheinlich gerade nicht ganz fit sind. Und ja. Ich will mich übrigens auch bedanken. Es sind jetzt immer ein paar dazugekommen. Aber es sind halt auch viele über die Short-Videos dazugekommen. Also über meine Short-Musikvideos oft. Und ich freue mich über gerade, wenn wir einfach ein kleines Stückchen immer größer werden. Und freue mich da über jeden Abonnenten, der dazu kommt. Über jeden, der das Video schaut oder einen Daumen nach oben gibt. Und für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich habe damals so klein angefangen. Und es ist einfach ein Stück größer geworden. Einfach teilweise durch die Basteleien oder eben halt auch durch die Musikvideos. Und ich verdiene kein Geld daran. An die Musikvideos werde ich sowieso nicht aufgrund dessen, weil es einfach nicht meine Lieder sind. Das heißt, alles kriege ich dann zurückgemeldet. Es geht nicht monetisieren. Oh Gott. Jetzt kriege ich das Wort nicht über die Lippen. Monetarisieren kann. Und dadurch würde ich eh das Geld nicht bekommen. Also dadurch. Und das sind zum Beispiel auch die Gründe, warum ich eigentlich immer die ganze Zeit in den Videos hier bei den Basteln rede, weil ich keine Musik finde, die lizenzfrei ist, wo mir das nicht angezeigt wird. Und dementsprechend, da ist es schon wieder, habe ich dann einfach jetzt immer entschieden, dann muss ich euch leider ein Ohr abkauen oder es ist stumm. Und finde ich zwar manchmal einfach sehr schade, weil ich glaube, es würde viel, viel schöner einfach werden, wenn ich eine schöne Musik dazu hätte. Ich muss mich damit einfach nochmal genauer auseinandersetzen. Ihr dürft mir auch gerne Tipps geben, wo ich vielleicht so eine Musik finde, welche ich gerne nutzen darf. Und dann einfach würde ich es einfach ausprobieren. Aber mich hat es schon ganz viele Nerven gekostet, weil selbst Musik, die vielleicht mal funktioniert hat, dann irgendwann jetzt nicht mehr funktioniert hat. Und das fand ich sehr, sehr schade und auch traurig, weil es einfach unglaublich viel Aufwand ist, dann einfach wieder von vorne anzufangen. Ihr seht schon, wie so das Ganze sich hier so ein bisschen bewegt. Ich hole die dann, ich schiebe die auch immer rüber. Ist für mich jetzt kein Thema, wenn sich da zum Teil das Muster aufgrund dessen, weil ich es wirklich einfach in Kreisen gegossen habe, ist das jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel das Ganze sich nochmal bewegt. Und deswegen, falls sich einer fragt, aber da bewegt sich das doch jetzt, wenn ich das da wegnehme. Ich habe es jetzt mit Absicht drinnen gelassen, um das einfach auch nochmal so zu sagen. Und ich mache mir da immer weniger Gedanken, einfach weil Epoxidat das arbeitet und da gibt es den Zauber irgendwann von ganz alleine. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall gleich noch die Ergebnisse. Ich habe extra Fotos gemacht und ich hoffe, wie gesagt, dass euch die genauso gut gefallen, die Ergebnisse. Und hier putze ich eben auch nochmal. Ich nutze alle Materialien viel, viel länger als jetzt nur einmal. Und ja, ansonsten, ich verabschiede mich schon mal. Genießt gerade den Herbst noch. Aktuell ist wunderschöner, goldener Herbst. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ihr seid dabei dann. Und wie gesagt, jetzt folgen die Ergebnisse und ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns dann.